moin ihr lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren reisetag hier in meiner filmrolle ins kam und ja wir haben ja gestern gesagt nachdem wir hier die fresse dick gekriegt haben heute versuchen wir es hier noch mal genau und das machen wir jetzt auch erst mal verstecke ich mich hier möchte man den laufwerk von dem freckl da prüfen kann das eigentlich sein dass sich die sichtweite verändert hat irgendwie habe ich so das gefühl jetzt erst mal hier drinnen ja hier gibt es erst mal nicht so viel hier sind wir relativ safe jetzt habe ich die machete nicht mit hätten wir die hier aber ich kann mir die ja gleich wohl so schwer scheint sich hier raus zu sein voll auf die zwiebel so das hast du schönes nix so ja vielleicht wo wir die machete nachher noch obwohl es gibt sichere gegenden für sowas ach ja dann hast du halt ein bisschen metallschrott hier die gummiband rum naja hier sind so viele maschinen und ich habe das ding nicht dabei und auch keine werkzeugkiste ach ja wieder mal eine hütchen zu veraltungsräume nicht vergessen betonsack schleppe ich jetzt bestimmt nicht mit mir rum kann man ja immer mal gebrauchen kennen wir ja so ausgehen bessern hier habe ich nicht gesehen hier geht es so erst mal nix hier auch nicht naja geht es denn hier irgendwie nach draußen ich dachte man könnte sich hier vielleicht durchschleichen hier waren wir hier waren wir ja hier ist noch mal so ein lagerraum aber irgendwas so rumliegen nix da nix da nix da er gebe ich hier noch und wenn der dahin geht ja lassen ballern hier kann er mich doch hoffentlich nicht erwischen i wanna go home habe ich freigeschaltet als herumgeschafft nach hause will er gehen zum glück kann er hier nicht rein den laufwerk gerne beobachten aber von da kam glaube ich auch noch einer ja 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 hier dann hätte ich fast gar nicht gesehen hier geht es noch nach oben hier gucken wir mal einer an dann fangen wir doch hier an oder keiner zu hause hier muss ich ein bisschen aufpassen hier gibt es aber echt ist dann auch wieder so eine harte fabrik hier muss man hier auch wieder gucken wie man zurechtkommt keine zeit ja komm steh auf da ist ein fenster jetzt habe ich die mütze aufgesetzt so wollte ich doch gar nicht hier tauschen wir dagegen hier hier muss ich jetzt ein bisschen gucken aber ja hier kann man wenigstens mal sehen da hinten also entweder gehen wir von der anderen seite irgendwie mal da rein wenn dann müsste ich ja mal von da irgendwie gucken dadurch die halle durch hier in das haus rein ja da müsste ich tatsächlich mal irgendwie einmal um uns gebäude weil sonst da hinten ist auf jeden fall man so wie so dürfte uns der doch gar nicht sehen eigentlich nicht aber von hier kann man den schön beobachten ja sie trat hier ist auch noch ein gebäude ja wenn ich wüsste wie ich da hinkomme quasi ich kann das mal beobachten müsste erst mal den da hinten den zombie weg dann kann ich dahin laufen wenn er in die richtung latscht obwohl ich kann doch hier hinter dem gebäude herren oder nicht nicht da sind wände da komme ich nicht hin wenn dann muss ich hier irgendwie durch aber hier gibt es ja keinen ausgang irgendwie das ist schon blöd so hallo nicht aufgepasst hat er nicht so hier war ich drinnen ja wir bleiben auf dieser seite hier was das kann er doch mal gar nicht gesehen haben oder war viel ist hier aber echt nicht ne was sind wir denn hier wir sind draußen hilfe 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 und plötzlich ging es nach draußen hier war ich doch auch schon drin oder hier war ich eigentlich nichts irgendwie mit sehr viel verstecken hier ist auch gar nichts ist aber zum glück auch nicht mal ach gott streckt die wehren dicken arsch hin ehrlich kann man so vielleicht mehr sehen ja das wird wohl das entwickler team sein gute sache fünf schön gemacht man sich dann noch mal so ein bisschen in dem spiel verewigt ja da ist dann habe ich ja gesehen müssten irgendwie hier hinkommen was wie ich glaube ich gehe einfach mal außenrum hier war doch noch mal was auf dach ist vielleicht jetzt nicht so klug aber wir gucken erst mal ich gibt es ja hier nur eine möglichkeit naja hier gäbe es tatsächlich eine möglichkeit ja wenn er nicht da ist ich will ja auf jeden fall nicht noch mal sterben mal jetzt wäre doch eine gute möglichkeit schnell runter schneller ich glaube das war ein bisschen knapp weil da kommen sie beide und der eine hätte mich fast sehen können so denn hier schleifstein ja schleifstein ist super damit kann ich nämlich die machete auch selber reparieren was soll man denn hier ach toiletten gebäude scheiß drauf äh zwei oh so sagen wir erst mal ein bisschen ruhe da oben muss ich nachher mal gucken erst mal gucken ob hier irgendwo ein zombie drin ist aber das sieht nicht so aus dann fangen wir mal hier vorne an zu luden war ich finde heute sind wir sehr mutig unterwegs der zombie der da draußen schreit ist mir auch völlig egal oder war noch einer knackysack brauchen wir jetzt noch nicht irgendwann wenn wir den brauchen und dann muss ich die irgendwie holen dann wird spaßig ja ja mach du da draußen mal terror vielleicht längst so schön die max ab das wäre cool wenn die zombies die max so ein bisschen ablenken könnten so es wird auch langsam dunkel schlangsam langsam wird langsam nacht hier da ach da wollte ich noch mal gucken wie man sowas wegwerfen kann ein bisschen money ist immer gut ach so ich habe die knarre noch gar nicht wieder auf der drei liegen sagt und das messer super ganz klasse hier so ich würde sagen falls uns gleich das licht ausgeht oder bevor uns gleich das licht hier ganz fehlt zwitschig mal eben in den nächsten tag und hole euch gleich dabei ist gleich so zack haben wir schon wieder ein bisschen mehr licht hier wunderbar ja die sind draußen da muss ich gleich gucken wie ich das mache wo kommst du denn plötzlich weg kollege woher bist du denn wohl ich habe da die halle abgesucht da war keiner da oben ist auch noch einer ach guck mal kann ich dich denn da oben irgendwie abschießen wo ist denn eure abscheulichkeit da oben war doch gerade noch eine wusste denn ja ja ich komme gleich keine sorge waren die doch hier drinnen da muss der eine auch von da oben gekommen sein anders kann ich mir dann nicht erklären aber jetzt nur erst mal schön die war ja irgendwo da ganz oben ja ja die homer gleich noch eine sorge oder die holt uns oder whatever noch mehr money hier ist gar nicht so schlecht in der fabrik also hier muss ich jetzt nicht zwingend lang weil macht jetzt nicht unbedingt sinn oder also ich sehe jetzt gerade keinen sinnvollen grund hier oben lang zu schleichen deswegen gehen wir hier hoch hier sieht uns auch keiner oh coole sache köder ernsthaft der loot ist wirklich gut jetzt kann man hier schön rumlaufen wird wahrscheinlich schöner benzinkernister ja du musst auch wieder rauskommen deswegen nehme ich den jetzt mal erst mal nicht mit weil zur not irgendwie über die mauer oder so einfach mal schauen was hast du nicht von da hinten kannst du mich sehen schwachsinn ey ja gut das sind roboter ne die haben natürlich gute sensoren und schoko bomben coole sache apropos hungerdurst auch mal wieder zeit und ich habe nur schoko mit ne und wasser nicht nach dem rucksack wie cool wie cool so so ja muss mal gucken wie ich mit dem entkommen hier bist du zumindest mal draußen könntest abhauen das ist doch schon mal cool hier könnte man zumindest über die mauer gibt es denn da oben noch irgendwas sinnvolles um zu riskieren dass der mac dich sieht außer dem blöden zombie sehe ich gerade keine begründung vorhin ist einer und breche ich mir was wenn ich hier drüber klettert die müssen bis weg so und nü cool dann guck doch mal da du erst mal zum auto kommst du musst was essen und so ja ich muss ja auch wieder rein aber ich fahre gleich mit dem schieb einfach bis hierhin wir fahren gleich mit dem truck hierhin ja ja auch hier vorne brauchen wir nicht so weit laufen und dann gehen wir über das eine tor da rein mal gucken ob wir das schaffen das sind irgendwelche giftige pilze so wo hat er wieder geparkt das ist die gute frage er muss mehr ach da ist er ja so lass mal schnell hier so ein bisschen umräumen alles ich muss noch mal gucken wie wie man die kisten um benennt hier das weiß ich gar nicht wie man das macht so die letzte kiste ist der dat kommt auf jeden fall schon mal alles da ein schuhe schuhe warum das behalte ich mal bei mir knatze ja das auch so den rucksack den kann ich hier mal reinpacken ja so den anderen rucksack müsste ich mal reparieren ja ja das müsste ich mal tun aber nur so ein zeugs hier ne nein die sachen kommen noch hier rein ach nicht in cheap oh falsch ja komm egal jetzt erstmal da kann ich gleich nochmal umräumen ja den schleifstein der kommt auf jeden fall in diese kiste oh das könnten wir eigentlich auch noch eben ausprobieren oder also werden sicher noch eine zweite folge in dieser fabrik verbringen weil ist ganz cool hier ne so hier den knüppel den kannst du auch wieder weg packen den räuchte ich auch nicht mehr im moment aber damit ich den zur reserve habe ist er da ganz gut aufgehoben würde ich sagen so schrauben sie hier hier laden und faden könnte ich gleich auch noch mal machen hier knatze gucken wir gleich mal eben zeig so jetzt muss ich mal gucken hier knatze guck 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 so so hm ja dann dann gib mal eben die machete wo ist sie denn wo ist die denn nun wieder wo habe ich die denn reingepackt habe ich die in die vierte kiste gepackt oder was auf gar keinen fall bin einfach nur wieder blind hier du bist gleich mal hier so ein cheeseburger und bisher fisch okay das 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 wo habe ich die machete habe ich die verkackt habe ich die verloren als ich gestern gestorben bin oder was kann ja nicht oder da ist doch mein gott mensch junge so machete und die will ich jetzt mit dem schleifstein den ich mir jetzt mal eben an die hand nehme reparieren voll 50 prozent nehmen die hände die kannst nicht besser reparieren gut dann tu den schläger mal mit hier rein die kam wieder hier rein gut gut so dann können wir die kisten mal nach und nach wieder einräumen hier so dann ist das das und dann ist der gleich auf jeden fall wieder satt zumindest mal die machete so lange die skylar zum kämpfen so dann noch die fischchen hier gleich gegessen und dann fahren wir noch rüber zum tor und dann gehen wir vom tor aus morgen nochmal hier weiter rein weil der loot war gar nicht so schlecht ich glaube dann lohnt sich nochmal so noch hier fischchen essen und schluck trinken und dann ist super vielleicht müssen wir noch mal einen abdrücken da haben alles entleert ach ja ich wäre gestorben gewesen da hat er wohl alles entleert so essen trinken soll jetzt nach oben gehen so dann fahren wir mal hier hinter lange ach man manchmal ist er zum verrückt werden so hier müssen fischchen seine genau ja macht ja sinn dass wir von hier aus weitermachen erst mal darüber so dann sind wir hier doch erstmal schon mal drinnen oder gucken wie wir da noch rüber kommen aber hier er kommt aber nicht nur oder oder sind das jetzt alle beide die kommen ob der kommt und sieht uns hoffentlich nicht und verpiss dich okay okay hier sind wir nicht unbedingt safe ne sind wir hier wahrscheinlich sicherer hinter ja aber warte wenn der da um die ecke verschwunden ist dann müssen wir doch in diese halle da kommen können wir warten einfach hier wir warten einfach hier bis morgen ne ja der pausiert jetzt da sowieso ja dann würde ich mal sagen ich hoffe die runde hat euch heute gefallen und wenn ja lasst mir einen Daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf meinem kanal weiter geht dann abonniert ihn euch lasst mir gerne auch eure kommentare da würde ich mich sehr darüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen abend bis dahin ciao